Hallo Leute, willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer, mit dabei die Trucker Lady und der Darcy ist auch noch da. Bejo, hallo zusammen. Und wir stehen da im wunderschönen Sonnenuntergang. Ja, in unserer vierten Folge. Wir sind immer noch auf dem Weg Richtung Luxemburg. Ja. Ja, sind noch, mal gucken. Siebenhundert, siebenhundert, neunzig Kilometer. Boah, das ist ja noch ein bisschen hin. Ja. Ein bisschen, ja. Wir merken, dass wir so langsam in den alten Bereich reinkommen. Hier ist mehr auf den Straßen los. In der Zwischenzeit in der kurzen Aufnahme. Oh, Vorsicht, da kommt einer angedonnert. Ja. Boah. Aber hallo, Carlos. Klingt eher nach Brasilianer oder so. Ja, irgendwie. Ja, irgendwie. Oder Spanier halt. Irgendwo was. Ja, nach dem Ping noch zuhört, dann wahrscheinlich eher Spanier. Ja, stimmt. Ja, der hätte... Ja, der andere, was sich eine Zeit lang vor mir gehabt hat, hat auch einen Ping gehabt vor 130. Ich hab schon gedacht, hallo, wieso ruckelt der so hin und her? Für die es vielleicht neu sind. Wir nehmen immer mehrere Folgen mit einem auf, weil es einfacher wegen der Terminabsprache ist. Ja. Genau, dann haben wir wieder drei Wochen Euro vor dem Spiel. Ja gut, wir spielen ja trotzdem meistens zwischendurch immer noch, aber aufnehmen und alle drei Personen unter einen Hut zu bekommen, dann kann der wieder nicht oder da kann der wieder nicht. Da muss der arbeiten oder jener muss arbeiten. Das ist halt immer problematisch. Und da ist es einfacher, lieber alle drei Wochen mal einen Abend einzulegen oder einen Tag einzulegen, als jede Woche zwei Aufnahmen zu machen. Ja, da kannst du es im Prinzip eigentlich auch schon ein bisschen vorplanen, sag ich jetzt mal. Ja, das hat ja ganz schlecht ruckelt. Ja, es ruckelt hier. Es sind viele Trucks auf der Gegenseite. Natürlich mit Rundumleuchten, das ist ja klar. Ja. Ja, weil sonst ist der Truck ja nicht wichtig genug. Musst du dir vorstellen, wenn du ohne Rundumleuchten fährst, ist der Truck ja nicht wichtig. Ich sag immer, Lichtfahrer sind sichtbarer. Hat der ja genau bis Licht eingeschaltet. Oder wir fahren ja jetzt in die Nacht rein. Ja, für das es schon 21 Uhr ist, ist es noch recht hell. Ja, aber da musst du auch wieder, da hatte ich mit Chris auch vor kurzem darüber geredet, Wer so spät fährt, zum Beispiel, merkt es nicht, wenn die Option HDR eingeschaltet hat. Weil wenn du HDR drin hast, ist es ja viel heller im Spiel. Und nicht jeder Spieler hat HDR eingeschaltet, weil nicht jeder Rechner schafft, HDR darzustellen. Und wenn du HDR aus hast, dann ist es hier relativ dunkel. Können wir euch jetzt nicht zeigen, da müssten wir jetzt die Option umstellen. Ja. Falls jetzt irgendeiner der Zuschauer auf die Frage drauf käme. Selber ausprobieren. Ja, während der Fahrt kannst du sowieso nicht das Hauptmany. Nee. Das geht nur im Singleplayer. Yep. Ist auch gut so. Was meinst du, wie viele herrenlose LKWs da ran ran würden? Oh ja. Oh, da war die Menü. Ja. Möchte ich mir gar nicht vorstellen, was dann los wäre. Aber schlimmer wäre es halt, wenn du jetzt beispielsweise auf Escape drücken würdest, und auf einmal würde dein LKW von einer Sekunde auf der andere stehen. Ja. Das wäre es. Der Hintermann freut sich. Ja. So ist es, ja. Ja, da kommt der immer, wenn du versuchst, ins Hauptmenü so zu kommen, kommt der immer die schöne Meldung unten im Bildschirm. Aber heute Abend ruckelt es wirklich etwas mehr als sonst. Ja, schon, ne? Komischerweise, ich merke eigentlich fast gar nichts. Ja, man sieht es immer bei seinem Vordermann. Ich sehe es jetzt halt bei dir und Logutus wird es halt bei mir sehen, dass wir rumruckeln. Man selbst kriegt das nicht wirklich so mit. Ich halte halt ein bisschen Abstand. Ja. Mhm. Ja, ist das selber mal wieder belastet, oder es ist so wie... Wann war das vorgestern? Gestern? Wo er komplett weg war. Vorgestern. Wohin danach noch einmal aufhören, oder? Ah, nee, gestern war es. Äh, gestern war es. Äh, Freitagabend. Wo zumindest EU1 weg war, für eine Zeit. Ja, und auf EU2 kamst du gar nicht drauf, obwohl er da war, aber du kamst da trotzdem nicht drauf. Mhm. Waren ja auch kaum Spieler drin. Weil, äh, wenn EU1 ausgefallen ist, glaube ich nicht, dass auf EU2 am Abend dann nur 50 Spieler drauf sind. Ne. Ja, die sind ja im EU-Server 1, sind ja die stöckelweise rausgeflogen. Ja. Ich hab's ja auch versucht, aber als ich reingegangen bin, äh, bin ich automatisch gleich auf off gesetzt worden. Ja. Also, ihr Server hatte halt mal wieder Probleme. Ja. Ja, vielleicht rucke ich's deswegen so. Oder sie ist durch 1.20, dass da irgendwas anders jetzt ist. Ja, gut, wir mussten ja ihr Multiplayer auch anpassen. Mhm. Wer weiß, was da ist, ob das immer so optimal ist. Ja, das ist halt die Frage. Aber es ging schon mal schlimmer. Es war schon mal schlimmer. Ja, doch schon. Aber ich glaube auch nie, dass sie das wirklich, äh, komplett unter Kontrolle kriegen. Ja, das glaube ich auch nicht. Zumindest nicht wirklich. Ja. Sie versuchen's vielleicht, aber... Ja, irgendwo stoßen sie sich ja wahrscheinlich immer wieder an die Grenzen. Weil, so richtig weiterentwickelt hat der Multiplayer sich ja in den anderthalb Jahren jetzt oben jetzt. Also... So, gibts den schon wieder. Ja, so in dem Dreh rum. Ich glaub... Ja... Wann ist... Ist es nicht so? Ja, schon fast zwei Jahre? War das nicht, äh... Ne, im Sommer... Also Mai 2014 kam er, glaub ich, raus. Also jetzt... Glaub es, ja. Ja, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ne, 13 kann... War es, glaub ich, nicht. Oder? Hm. Nee, ich mein, das wär 14 gewesen. Ja. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, 13. Ja. Ja, ich glaub auch, dass es, äh... Mai 2014 war. Wobei, da leg ich mich jetzt auch nicht fest. Also, die Daten hab ich jetzt auch nicht mehr... Griffbereit, um da nachzugucken. Hm. Aber es ist halt immer wieder ein Auf und Ab. Mal läuft er besser, mal läuft er schlechter. Je nachdem, was die auch in dem Spiel zusätzlich reinbringen und so. Mhm. Na, wieso zusätzlich reinbringt, haben sie schon länger nichts mehr. Nö. Eigentlich jetzt nicht. Die neuen Faktoren, die sie reinbringen wollten, sind ja nie reingekommen. Ihre Polizeiautos und, äh, äh, die Doppeltrailer. Ja, gut, haben sie die Doppeltrailer nicht mit reingenommen, das wär... Ja. Weil es ist so viel Platz in Skandinavien. Ja, es ist so viel. Die Kreisverkehre sind ja so groß überall. Und die Firmenhöfe sind ja so platzbietend. Ja. Jetzt, das, äh, spätestens da oben kannst du es vergessen. Ja. Ja, ja, und es sollte ja nur in Skandinavien die Doppeltrailer geben. In den, äh, hier in den Bereichen, haben sie ja gesagt, in den alten Bereichen wär's zu eng. Und, ja, hat man dann gesehen, Skandinavien ist teilweise noch enger. Ja, ja, das ist... Ja, du, die User können jetzt schon nicht mit normalen Trailer LKW fahren, was meinst du fahren und einen Doppeltrailer? Haha. Das stimmt. Da steht, steht im Prinzip die meiste Zeit rum, äh, weil sie versuchen da irgendwie, äh, das Ding reinzufahren. Oder schon neu, um die Kurve zu fahren. Ja, die werden sich festfahren und dann vorsätzlich dann ausloggen oder zur Werkstatt abschleppen. Versuchen sie es erstmal so und kein Mensch kommt mehr dran vorbei. Mhm. Naja, so. Wenn du mich fragst, das ist die dümmste Idee, was wir da, äh... Die hätten, das Einzige, was wir hätten machen können, sie hätten Tandems reinnehmen können. Weil, Tandems, äh, sind ja eigentlich nicht länger oder nicht, äh, großartig länger als hier. Ich bin in Besuch. Ah, schön. Sie sind nicht großartig mehr, äh, von der Länge her und schwerer zu fahren als hier in Trailermaschine. Mhm. Ja, hab ich mein' das gar nicht... Nur, wahrscheinlich hätten sie dann ein Problem mit dem Frachtmarktjahrt. Ja, aber der, der Wintermod haben sie ja anscheinend wieder rausgenommen. Ja, gut, äh, das heißt aber nicht, äh, dass der jetzt, äh, äh, zum Winter hin nicht wieder reinkommt. Sie haben ja erst, äh, die haben den ja im Februar erst rausgenommen, weil der Winter halt zu Ende war. Mhm. Ja, ich hab's gemerkt beim Installieren, dass du den gar nicht mehr mit installieren kannst, aber der war sowieso Blödsinn, wenn du mich gefragt hast. Ja, weil der war zu extrem. Hier, der Frosty-Mod, äh, der geht, weil du erkennst die Straßen und alles weiterhin. Bei dem, äh, Wintermod, den die hier drinnen hatten, äh, du kanntest, du konntest ja über die Leitplack drüber fahren, durch die Schneeanhäufungen und sowas. Die Leute haben die Spuren teilweise nicht gesehen, sondern sind teilweise auf den Standstreifen gefahren. Mhm. Weil du halt, äh, die einzelnen Spuren nicht gesehen hast. Und ich würde höchst, äh, den Frosty-Mod reinnehmen, weil du siehst, ist zwar alles weiß, aber die Straßen sind halt frei. Mhm. Ja, gut, das ist halt natürlich immer ein bisschen schwierig. Ja. Ja, ich hoffe nicht, dass du zum, äh, Winter hin wieder den, äh, Wintermod reinnehmen. Also ich glaub, anklicken kannst du in der, unter Mod im Menü. Ja, aber er ist, ist ja nicht mehr verfügbar, da, das hat keine Auswirkung. Ja, aber, ja, aber dann leicht es für sie ist, wieder reinzunehmen. Ja, sie brauchen ja nur wieder einen Download anbieten, wo du den Wintermod mit runterladen kannst und zack, geht's wieder. Mhm. Ja gut, solange er optional ist, es ist halt nur blöd, wenn man ohne Wintermod fährt oder mit Wintermod, äh, das ist halt ein unterschiedliches Fahren. Mhm. Ja, im Prinzip, weißt du, äh, auf einer Seite ist es doof, äh, die einen fahren mit, die anderen fahren ohne, äh, das ist dann ganz ein komisches Fahrenverhalten, äh, von jedem einzelnen Spieler, äh, äh, entweder fahren alle mit oder, äh, keine. Ja, stimmt. Dann sollen sie das so machen, EU1 ohne, äh, und EU2 mit. Ja. Und Begrenzung auf beiden. Ja. Dann kann sich jeder aussuchen, wo mit oder ohne Schnee fahren will. Ja, aber ich glaub nicht, dass sie so mitdenken. Mhm, glaub ich auch nicht. Sicher nicht. Das wäre ja zu viel verlangt, weißt? Ja. Aber eh den Asien-Server mit reinnehmen und so ein Quatsch, das haben sie können. Ja gut, äh, ich mein, äh, da hab ich ja nichts gegen, wenn die Leute dann aber auch wirklich da fahren würden. Ich hab auch nichts dagegen, dass es einen südamerikanischen Server gibt, nur, äh, guck, äh, guck dir an, die Brasilianer fahren trotzdem alle hier auf EU1. Ja eben, deswegen sag ich ja Quatsch. Ja. Weil es, äh, wenn vielleicht, äh, eine Handvoll, blöd gesagt, äh, wirklich auf den Servern, äh, fährt, ist da wirklich viel, ja. Aber der Rest fährt alles auf 1 oder wenn dann, äh, nur auf 2, aber dann hat sich's eigentlich mehr oder weniger schon, ja. Aber es sagt halt, es ist nicht auf enemies gewachsen, sondern da hat sich halt irgendwer angeboten, also, er an einen Server stellt in Südamerika, Asien oder wo auch immer. Und sie haben eben halt die Software gesagt, ja, okay, wenn's du willst, mach es. Ja. Ja, aber dann hätten sie halt hier ein IP, äh, Abfrage reinmachen müssen, dass Leute, äh, mit einer IP aus Südamerika oder so eben hier auf den Server nicht draufkommen. Mhm. Ja, wie ist ja die MMOs teilweise machen. Mhm. Das wär noch ne Idee, ja. Ja. Nee, nur, äh, äh, dann weiß ich, äh, ich denk mir immer einfach, die wollen halt Diskussionen nicht, dann geht's nämlich im Forum los, ja, warum komm ich auf dem Server nicht? Ich will aber hier auf dem Server spielen. Mhm. Dann müssen wir sich fragen, warum? Die Meep ist die gleiche. Ja. Ja, aber, äh, sag mal mal, warum fährt ein Brasilianer, obwohl die in Brasilien oder in Südamerika einen eigenen Server hat, fährt hier mit einem Pin von 300 bis 400, äh, warum? Ja, weil einfach mehr los ist. Ja. Mhm. Ist genau so. Würde mich im Prinzip eigentlich auch so machen, blöd gesagt. Also ehrlich gesagt, ich nicht. Also ich käme mir zum Beispiel nicht auf die Idee, ich umgehe es auch immer, äh, auf dem US-Server zu spielen. Ja gut, da geh ich ja nicht hin, von dem her. Aber das ist nur im Prinzip blöd gesagt, weil am EU-Server genug los ist. Ja, aber ich sag mal, ja, aber ich sag mal, auf dem US-Server wäre mehr los, ja, würde ich trotzdem nicht zum US-Server gehen. Wegen dem hohen Pin. Also gut, hoch, der liegt bei mir bei 120, wenn ich auf den US-Server gehe. Ist ja eigentlich auch noch relativ, äh, vertretbar, aber ich seh da keinen Sinn drinnen. Mhm. Gestern war ja testweise auf den Asien-Server. Ein Pin von 800. Ja, gut, da fahren wir keinen Meter. Ja, hier, die Anbieter könnten das vom Multiplayer nur so einschränken, dass sie hier, äh, die, äh, Pins, äh, äh, Toleranz runtersetzen. Das heißt, äh, die Toleranz nur bis 300 geht. Wer drüber ist, kann hier nicht fahren. Mhm. Ja, die Idee ist, sagen, sogar auf 200 drunter setzen. Ja, das... Ja. Müssten wir dann austesten, was am besten ist. Parkwärts noch keiner, gell? Äh, ne, müssen wir jetzt so halten. Moment noch nicht. Aber ich seh auch keiner am Navi. Ne. Guck mal, dass du jetzt irgendwo halten kannst. Jo, hier! Ja, ne, nicht auf der Brücke und auch nicht in dieser Kurve dahinten. Ne. Und da kommt im Prinzip eigentlich schon wieder eine Brücke. Ja. Ne, aber danach gucken, dass wir da eine gerade Stelle finden, wo wir mal anhalten können. Mhm. Ja gut, eine gerade Stelle. Was ist bei dir gerade? Ja, also nicht gerade eine Kurve. Äh. Ja, im Prinzip, wenn die Brücke verlassen hast, kommt schon wieder eine Kurve. Ja. Da müssen wir halt, da müssen wir uns halt in die Kurve stellen. Ist ja nur für die Aufnahmepause bei eben. Mhm. Ja, da kommt im Prinzip jetzt eigentlich... Äh, und zwei, mindestens zwei Kurven, was ich jetzt... Ja, halt jetzt an. Halt am Standstreifen einfach an. Dann stehen wir halt einen Augenblick in der Kurve. Ja. Ja. Wenn wir uns da hin... So. Und wir haben die Bremse an. Sonst roll ich zurück. Gut. Wer hat angefangen? Ich, oder? Ja. Ja. Ja, Leute, dann sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Jo, adjee. Tschüss.